Haben Sie die Nase voll vom kleinen Fernsehbild? Dann holen Sie sich jetzt das ganz große Kino zu sich nach Hause und verwandeln Sie Ihre Wohnzimmerwand mit dieser Leinwandfarbe in eine perfekte Projektionsfläche. Die weiße, abtönbare Farbe ist extra mattiert, sodass später keine lästigen Reflexionen den Filmgenuss stören. Mit der Leinwandfarbe arbeiten Sie wie mit einer herkömmlichen Wandfarbe. Gewünschte Fläche abkleben, anstreichen, fertig. Die Leinwandfarbe Premium hält ohne vorherige Grundierung sogar auf Glas, Beton, Kunststoff, Holz und vielen weiteren Untergründen. Unschöne Grauschleier waren gestern. Die Leinwandfarbe bietet eine extrem naturgetreue Wiedergabe des Lichtspektrums mit brillanten Farben. Auf diese Weise machen Sie Ihr Wohnzimmer fit für legendäre Fußballturniere, unvergessliche Kinoabende oder Spielkonsolenspaß im Großformat. Gute Unterhaltung und gleich bestellen! Gute Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gute Untertitelung des ZDF für funk, 2017